Hallo zusammen, ich begrüße euch wieder zu FIFA 13. Jetzt haben wir eine längere Durchstrecke gehabt, aber jetzt ist wieder Champions Cup dran. Und wir dürfen hier spielen. So, ich drücke mal weiter, um hier meine Leute zu regenerieren. So, weiter. In die Mannschaft bitte gucken. Kader. So, sieht nicht mal so schlecht aus. Äh, Stahl ist wieder krank. Natürlich auch super, zentraldefensives Mittelfeld. Merkel wieder rein. So, linker Verteidiger, immer noch krank. Ich hätte nicht einsetzen dürfen, das war ein Fehler von mir. Ich wollte einfach Initiative irgendwo. Leider mit den verkehrten Anventionen. So, da war ich da freien. Dann sage ich mal B. B. Und dann nochmal B. Und nächste Partie. Partie spielen bitte. So, gegen Manchester. Gegen Manchester City. So, bin ich gespannt, wie das hier ausgeht. Hier gegen Manchester mal wieder. So, was haben wir hier jetzt? Äh, Silber. Bei dieser Übung solltest du folgendes versuchen. Schieße den Ball. Schieße den Ball um oder über die Mauer. Oder unter ihr hindurch. Versuche dabei so viele Ziele wie möglich. Um wenig Versuche und möglichst kurz zu treffen. Alter. So, wie mache ich das jetzt am dämlichsten? Hö, wie schieße ich ihn da unten durch? Ach, hier so. Stimmt, ja. Ah, wenn, dann soll ich schon treffen, oder? So, Treffer. Schon mal eingetroffen. So. Hm. Treffe ich jetzt mal eine Große? Alter. Ich verzweifle hier gleich. Na, geht doch. So, hätte ich nur 7500 gebraucht. Na, die hätte ich auch zusammen kriegen können. Hätte ich ein bisschen besser getroffen jetzt. So, egal. Wir spielen heute gegen Manchester. Wir sind daheim. Gegen Manchester City. Unsere 60er probieren wieder ihr Bestes, um hier erfolgreich zu sein. So, aber keine Ahnung. Irgendwie Versaue ich es mir hier gleich am Anfang. Meine Möglichkeiten, die doch sehr begrenzt sind. So. Schöner gattert den Ball. Gegen, oh. Oh, Distanzschuss. An die Latte. Und mein Torwart rührt sich nicht mal. Alter. Ich war ein bisschen geschockt von dem Lattenknaller gerade. Jetzt darf ich mich echt konzentrieren hier. Das ist ja nicht mehr schön. Immer gehe ich in Rückstand am Anfang des Spiels. So. Ist natürlich umso härter hier zu gewinnen. So. Alter. Und da kommt von hinten einfach jemand. So. Jetzt nehmt ihm den Ball ab. Komm, danke. Geht doch. So, weiter geht's. Wieder Richtung Manchester Tor. Müssen wir, müssen wir. Wir liegen ja schon wieder in Rückstand. Das ist ja... Deswegen... Müssen wir und müssen wir. So. Manchester kommt aber hier schon wieder. Wird aber gut aufgehalten von uns. So. Hier schön gespielt. Aber leider verloren. Alter. Ich werde hier auskombiniert ohne Ende. Das nervt mich schon langsam. 2 zu 0. Ich drehe hier gleich durch. Ich bin mittlerweile schon deprimiert, weil ich hier so wenig schaffe. Alter. Der Schwierigkeitsgrad mit dem Computer, äh, im Profi ist schon krass. Da ist die Abstufung schon sehr krass. Also für das, dass es so viele Einstellungen gibt, ist das schon bedenklich hier. Der Unterschied. So, aber belauend ist am Ball. Haben wir hier Anspielmöglichkeiten, bitte. Danke. Menderes. Zieht ab. Pfosten. Ich werde nicht mehr. Immer dieser blöde Pfosten. Ich schneide ihn bald weg. Der letzte Partie auch schon. Zum Mäuse melken hier. So. Komm. Holen wir uns den Ball. Schön gemacht. So. Belaunt. Kommt hier nicht durch. So. Kopfball. Nicht durchgekommen. So. Schön hier nochmal aufbauen. So. Aufrater. Halfa. Navari. Wieder zurück auf Halfa. Halfa. Kommt hier nicht frei zum Schuss. Wird einfach mal in den Ball gelaufen. Oder in den Mann reingelaufen. So. Irgendwie klappt das nicht. Wie das sein sollte. Oh. Da hat sich auch Spina lang machen müssen. Um hier den Ball zu bekommen. So. Manchester mit der Ecke. So. Schön gemacht. Uh. So. Jetzt dürfen wir aber echt angreifen. Das gibt es noch nicht. Manchester mittlerweile mit sieben Mal. Ähm. Sieben Schüssen aufs Tor. Da dürfen wir natürlich nicht mal nachstehen. So. So. Jetzt sieht er ab Tor. Da war ich. Da war endlich mal die Lücke vorhanden. Um hier das Ding zu versenken. Wunderschön. Nur noch ein Tor Rückstand. So. Angriff bitte. Angriff. Angriff bitte. Angriff. So. Spina wirft hier den Ball nur aus. So. Jetzt hier schön gemächlich. Wieder die Lücke suchen. So. Die erste Halbzeit ist vorbei. 2 zu 1 für Manchester. 60 liegt aber jetzt nicht so scheiße da. So. Münchner müssen beißen. Müssen die Krallen zeigen. Nicht nur die Zähne. Auch die Krallen. Also mit vollem Körpereinsatz. Bitte. So. Manchester. Kommt hier schon wieder. 60. Muss hier verteidigen. Und das anständig. So. Geschafft. Oder auch nicht. So. Kommt schon. 60. Kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Manchester spielt sich hier einfach. Leistet sich kaum Fehlpässe. So. Da müssen wir schon im Zweikampf müssen wir hier agieren. Und den Ball hier ergattern. Irgendwie schaffen wir es gerade nicht. So. Vorwärtsbewegung. So. Nach vorn gespielt. Halver läuft hier in der Mitte. Aber der war zu steil nach vorn. Zu steil war der. So. 60 hat sich den Ball wieder geholt. Wollen hier wieder noch ein Tor schießen. Müssen sie auch dringendst. Und dann lassen wir solche Lücken. Alter. Aber. Blau mit dem glücklicheren Ende. Dass er doch noch den Ball bekommen hat. Weil Manchester hier gerade Ungereimtheiten in der Verteidigung hatte. Alter. Und dann lassen wir solche Lücken. Die uns natürlich wieder gefährlich werden können. Aber aus Pina hält die... Das Ergebnis fürs Erste noch fest. So. So. Havari. So. Was machen wir? Wie kommen wir hier durch? So. Ein paar Minuten haben wir ja noch zu spielen hier. So. Schön getrennt vom Ball. Aber noch nicht entschärft hier die Sache. So. Schön auf der Vahri gespielt. So. Der Vahri verliert aber den Ball. Deswegen gehen wir gleich mal in den Kader. Und gucken mal. Linkes zentrales Mittelfeld. Ei, 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 ei. So. Dann bringen wir... Auf Rater bringen wir noch. Der Rest muss durchhalten. So. Weiter geht's. Manchester kommt hier schon wieder. Boah. Glücklicherweise total am Tor vorbeigehalten. Glücklicherweise. Große Einwechselrunde für 60. Für die, ja, gewissen, ja, Akzente im Spiel. So. Wir bauen uns das Spiel hier von hinten auf. Von ganz weit hinten. Dürfen natürlich aber nicht die Zeit vergessen, die uns im Nacken sitzt. Die gegen uns spielt. So, das war ein Foulspiel. Klare Sache. Hilft nicht. So. Jetzt dürfen wir aber bald mal wieder an den Ball kommen. So. So. Drübergesämmelt von Manchester. So. Abschlag. Zu auf Rater. Ah. Da hat er sich selber vorgelegt, mehr nicht. So. Aber Einwurf 60. So. 60 schnell ausgeführt. Hier diesen Einwurf. Davari kommt zum Schuss. Da konnte der Torwart nur noch zur Ecke klären. So. Ecke. Ecke wird hier rangezogen. Torwart kann ihn nur verausst den Ball. So. Mender, ähm, Menderios. Menderios. Dairos. Egal. Ist ja Wurst. So. Hat sich den Ball geholt auf jeden Fall. So. Manchester probiert noch ihren, ja, ihre Führung nochmal auszubauen. Weil 60 jetzt doch stärker hier reindrückt. Als sie das Denken gedacht hätten. So. Noch ein Foulspiel. Übertreibt es nicht. Bleibt fair, Leute. Fianus muss auch bleiben. Halver holt sich das Ding. So. Schön gedacht, aber nicht durchgekommen. Halver holt das Ding nochmal. Menderos. So. Menderos darf abziehen, aber total vorbei. So. Manchester wechselt nochmal. Zwei Minuten noch zu spielen. Das wird knapp. Das wird echt knapp. Stop. So. So. Merkler holt den Ball. Ah. Er hat nochmal in die Mitte vielleicht gucken sollen, ob da vielleicht jemand frei ist. Das ist... So. Komm schon. Kämpft um den Ball. Menderos. Menderos. Zu Davari. So. Einwurf. 60. Nein. Abpfiff. 60 verliert schon wieder. 2 zu 1. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.